So, dann wollen wir doch mal unseren Helden zum letzten Mal auf die reguläre Methode aussuchen. Wir haben einen Hokage, den finde ich ja nicht ganz so toll. Wir haben einen Spelunky, der ist schon besser. Kann nicht 3D sehen und jeder Schlag von ihm was kaputt machen bringt MP. Wäre also schon mal gut? Eine barbaren Königin, die mag ich ja. Lesbisch hat keine Auswirkungen, soweit ich weiß. Aber wer bewegt sich schneller? Das ist bei mir immer so eine Sache. Also ich glaube, ich nehme dann doch lieber den Spelunky. Genau. Wegen mehr Geld und so. Und jetzt wollten wir... Boah, ist das langsam unübersichtlich. Genau, Randomized Children. Dass wir, wenn wir bei der Charakterauswahl sind, noch mal X drücken können, um neue Auswahlen zu bekommen. Wie auch immer das dann in Real Life aussehen soll. Aber ja, wir haben noch 1756. Davon hole ich mir... ...mehr Lebenspunkte. Und wir haben 6 Münzen über. Das ist echt nicht viel. Wie? Wie? Hier schauen. 5 Goldmünzen. Hat Spaß. Zack, 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 zack. Keine einzige Münze. Schlechtes Omen. Swing. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, unten sind sehr viele Kisten. Aber ab dieser Doppelkiste, die jetzt auf Höhe unserer Taschenlampe ist, da könnte schon die Hölle runtergehen. Hier hinten sind auch recht viele. Und da geht's ebenfalls zur Hölle runter. Oh, der Endboss ist da. Oh, hier oben beim Maya-Bereich sind einmal die zwei, die wahrscheinlich in den Maya-Bereich führen. Und dann direkt in der Umgebung noch so viele. Also ich glaube, ich arbeite mich erstmal nach oben durch. In den Turm. Oh, und sie hat auch einen richtig schicken Zauberspruch. Äh, die Statue bleibt erstmal ganz. Oh. Hier ist schon Maya. Moment mal. 1, 2, 3 Räume. Und dann schon der Übergang in den Turm. Das ist krass, okay. Wow. Oh. Komm, stirb, 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 stirb. Oh. Ich hasse diese Spring-Dinger. So. Viel zu viele Pfeile in der Luft. So, stirb. Wir sind gleich tot, verdammt. Oh. Ja, nee, so nicht. Weg, 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 weg. Weg. Oh. Das war sehr unangenehm. Ähm. Aber okay. Da müssen wir später mal langen. Erstmal wieder Lebenspunkte auftanken. Das geht ja gar nicht. Das wäre der schnellste Tod seit langem gewesen. Oh. 110, 101 schon besser. Du kommst auch mal mit. Und wo, warte mal. Äh. Start. X. Äh. Stereo-Blind. Achso. Schade. Sie ist nicht lesbisch. Ich dachte, ich wollte gucken, was das denn genau für Auswirkungen hat in diesem Karteikarten-Ding. Aber musst du gucken. Na gut, beim nächsten. Ciao. Ciao. Erstmal nach oben gucken. Keinen Schaden nehmen. Ich hab das, glaube ich, schon. Ah. Einmal geschafft bei diesem Raum. Aber diesmal nicht. Kebott. 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 Lebenspunkte sehen inzwischen wieder gut aus. Au. Ein Boss. Au. Ein ganz schön starker Boss. Weg hier. Das Leben ist echt nicht toll. Echt nicht toll. Ähm. Ja. Versuchen wir mal nicht zu sterben. Was nicht so wirklich leicht zu sein scheint. So. Oh. 28 Lebenspunkte. Das ist echt übel. Übel. Oh. Hühnchen. Sehr schön. Äh. So. Dich können wir töten. Dich können wir töten. Dich können wir töten. Dich können wir nicht töten. Jedenfalls nicht so leicht. Mit dem ganzen Raum war sonst gar nichts. Sehr schön. Ich glaube, das Schloss spielt uns. Wir gucken, wie viel ich aushalte. Mal knapp vorm Tod. Oh. So. Quatsch. So. 58 Lebenspunkte. Der Raum ist schön. Da oben können es sogar noch ein Doom was sein. Jo. Sehr schön. Noch mehr Leben. Komm. Stipp. So. 73 Lebenspunkte. Das sieht schon besser aus. Und. Sack. Hey. Warum stippst du nicht? Das ist das erste Gebiet. Und du bist ein einfacher Magier. Warum wirst du nicht gewonnen hittet? Weil wir keinen Barbaren spielen. Und keinen Paladin. Sondern. Ein Minenarbeiter. Das könnte es sein. Oder? X. Sehr schwach in allen Stats. Ja. Also auch in Stärke. Und. Was weiß ich. Na gut. Kann man nichts machen. Wo kam da links? Achso. Hier ist ein Auge. Okay. So. Oh. Sehr schön. Oh. Ah. 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 Wo ist die doge Kugel? Da ist die doge Kugel. Hier wollen wir aber gar nicht hin. Wir wollen runter. Und das Feuerding da noch mal umbringen. Für die Lebenspunkte. So. Jetzt nach rechts und dann runter. Da scheint ein Level. Wow. Übergang zu sein. Warum lebt ihr alle noch? Sehr kurios. Oh. Oh. Nee. Das von der Boss. Jo. Weiter runter sag ich. So. Gold. Gold. Und. Das ist noch nicht die Hölle. kaputt, 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 kaputt. Sehr schön. Karte sagt. In diesem Raum ist eine Kiste. Und rechts neben uns ist eine Kiste. Boah. Okay. Kiste nur eins. Oh. Au. Du stehst ja extrem unwinnstig. Ähm. Ah. Schon besser. Danke. Sehr zuvorkommt. Das ist jetzt der Untergang zur Hölle. Da wollen wir definitiv nicht rein. Wir wollen. Zum Boss. Vom Boss. Nein. Ich hab. Mich verdrückt. Genau. Vom Boss wollen wir nach oben. Nach rechts. Dann nach unten. Und gucken was die andere Truhe so schönes hat. Auf jeden Fall schon mal einen sehr interessanten Raum davor. Schön für den Gegnern. Zing, 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 zing. So. Lebenspunkte fast voll. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, es gibt oben noch ein, zwei Bereiche. Aber meh. Hält sich in Grenzen. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Runter, runter, runter. Zurück zum Teleporter. Und von da aus springen wir zum Turm. Und gucken, ob wir da klarkommen. Also hier. Weil da hatten wir ja sehr viele Kisten oben gesehen. Wir dürfen halt nur nicht sterben. Und das war ein ziemlich zähes Pflaster hier. Genau. Mit diesen komischen grünen Todesdingern da. Wo man nicht wirklich einschätzen kann, wo sie hinfliegen. Genau. So. So. Einmal auf die Rabiate Tour. Und jetzt in Ruhe die Kiste aufmachen. Ja. Toll ist was anderes, aber besser als nichts. Und hoch. Und hoch. Oh. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Au. Drei Lebenspunkte. Äh, 33. Das ist echt nicht schön hier. Wollen wir zurück in den Einsteigerbereich und versuchen in den Wald zu kommen? Ich glaube, das wäre besser, ne? Weil so wird das, glaube ich, nichts. Oh, warte mal. Das hier müssten wir hinkriegen. Boah, hält der viel aus. Hm? Komm schon, irgendwo ein Hühnchen wäre echt toll. Komm mal. Hm. Ne, runter. Runter. Raus. Wie kommen wir am besten? Na, von hier aus, ne? Ja. Von hier aus kommen wir am besten in den Wald. Oder in die Richtung, wo der Wald sein müsste. Nehme ich hier irgendwo. Und wir mal ein Zing. 48 Lebenspunkte. Na gut, das müssen zwei Treffer hier sein. Und ey, ein Tagebuch eintragen. Sehr schön. Und Essen. Noch besser. Also, Eintrag Nummer 13. Was haben wir denn da? Ich habe das Biest aus dem Wald getötet. Und ich habe wieder einmal gespürt, wie der Thronsaal schwächer wurde. Also, so weit sind wir ja auch schon. So weit haben meine Ideen wohl gerne gepasst. Jeder Bereich des Schlosses hat einen eigenen Guardian. War dies designt als ein Test der Willenskraft? Falls so, dann darf ich nicht fehlen. Denn je weiter ich vorstoße, desto... Bold. Bold ist, wenn man... Naja, sowas wie mutig. Aber nicht ganz so intelligent. Ja. Desto rücksichtsloser werde ich. Oder desto... Unvorsichtiger. Morgen werde ich den Turm versuchen. I'm on a roll. Ja. Turm. Ne, das dürfen wir nicht zulassen. Also... Wow. Was zur Hölle bist du für ein dober Raum? Aber ja. Wir dürfen sie zulassen, dass die Notizen weiter sind als wir. Also müssen wir demnächst im Turm... den Guardian umbringen. Oh. Nein. So nicht. So auch nicht. Ah, sehr gut, Hühnchen. 41 Lebenspunkte. So. Oh, 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 oh. Kritisch. Sehr schön. Hier oben ist noch eine Kiste. Ich freue mich schon auf die beiden Statuen, die wir... bekommen, bevor wir in den Wald gehen. Können wir echt gut brauchen. So, was hast du? Gold. So. Aliops. Genau, die beiden Statuen. So. So. Oh, da komm her. Noch kann ich dich one-hitten. Ein, zwei Räume weiter wird es nicht mehr gehen. Weil sie mit jedem Raum, den wir weiter vom Eingang entfernt sind, stärker werden. Ich glaube, hier fliege ich einfach mal rüber. Oh, das war knapp. Oh. Oh. Ich könnte ihn umbringen, vor sich selber umbringen. Sehr schön. Oh, die sind aber ganz schön schnell, wenn sie sprinten. Und hops. Ja. Das war knapp. Axt. Wollen wir die Axt haben? Oder diesen Feuerkranz? Ich glaube, über die Axt. Weil der Feuerkranz ist zu schnell, alle. Aber wenn ich noch mal eine haben.